Den Sommerurlaub verbringt Silvester Stallone, 72, Rocky, mit seiner Freundin Flavin, 49, und den drei Töchtern Sophia, 21, Sistine, 20, und Scarlett, 16, an Frankreichs Mittelmeerküste. Doch an beschauliches Entspannen ist nicht zu denken, denn die Fans der Kinolegende haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nämlich eine Überraschungsparty. Auf Steins Instagram-Seite postete der Schauspieler sogar ein Beweisfoto der Fanseier, auf dem die ausgelassene Stimmung direkt spürbar ist. Wie oft im Foto zu sehen ist, wurden fleißig amerikanische Fahnen geschwenkt. Zwei junge Menger kamen sogar im Rocky Balbo-Outfit inklusive Boxhandschuhen. Kein Wunder, dass sich der berühmte Hollywood-Star von der Stimmung mitreißen ließ. Stallone textete dazu, ein sehr überraschender Empfang in einem fantastischen Restaurant am Meer, La Gurete in Cannes, Frankreich. Das dürfte ein unvergessliches Urlaubserlebnis für den 72-Jährigen gewesen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017